120 Sekunden Berlin, otra vez, now from the old golden hahn, der alte goldene hahn, jetzt ist er wieder auf, leider ist Klaus gestorben, er hat das immer sehr schön gemacht hier, hier kann man sich wohlfühlen, was trinken oder was rochen, gerade so wie man es will, direkt am Heinrichplatz, wenn man hier rechts rum geht, sieht man schon hinten die Lichter, ist schon der Marjannenplatz, sehr schöne Ecke hier, flogen viele Pflastersteine, das war immer sehr, sehr verteidigungsaktiv, diese Ecke hier, so wie heute die Rigaer Straße vielleicht war das hier früher. Jetzt sind hier schon ein Haufen Touristen, die hier gut verfüttert werden, wie man sieht, sind überall kleine Restaurants, Taxen unterwegs, ja und die Touristen, Terroristas machen einfach die Preise ein bisschen kaputt, aber gut, dafür haben wir jetzt unseren guten Burger 36 mit echten Hammer Burgern, ja, aus Superfilet, vom Endrekord, allerfeinstes Endrekord, quetscht jetzt so einem Hamburger an. Ja, so sieht es hier mal in Kreuzberg aus. Und dann? Und wann ist die Zeit wieder vorbei und 120 Sekunden von Berlin ist gone. Have a nice day. Enjoy. And come to visit us in the Golden Hand. Adios. Tschüss.